So, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Video, wo wir uns mit dem Spiel Stalker Online beschäftigen. Und ja, wir schauen uns gleich mal den Trailer an, gehen ein bisschen auf die Spielinhalte, die vermeintlichen Spielinhalte ein, was es so gibt, pro contra. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin genauso, wie ich gespannt bin, werde ich vermutlich von dem Spiel enttäuscht werden. Stalker-Fans werden das mit Sicherheit verstehen und nachdem auch schon andere Spiele rausgekommen sind, die eben den Stalker-Hype oder den Stalker-Thematik ein bisschen aufgenommen haben und es einfach richtig verkackt haben, ist, glaube ich, die, ja, ist halt auch begründet, dass man ein bisschen Skepsis mitbringt. Und ich hoffe, ich werde positiv enttäuscht, weil ich habe mir schon immer gewünscht, eben im Stalker-Universum ein gutes Online-Game zu haben, das ich jetzt zum Beispiel auch mit meinem Bruder oder Mates eben zocken kann in der Thematik. Und das auch noch gut umgesetzt ist, ob wir das von dem Spiel bekommen werden, werden wir auf jeden Fall sehen. Ich werde auch in einem weiteren Video in-game eben mal spielen und könnt ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und gebt natürlich auch gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mehr darüber sehen wollt. Hier gibt es jetzt noch den offiziellen Stalker-Online-YouTube-Kanal. Hier könnt ihr euch schon mal Videos anschauen über die Physik und eben Grafikeinstellungen und alles, was sie gemacht haben, ist halt leider alles auf Russisch. Also wenn ihr kein Russisch könnt, wird es schwierig, könnt ihr euch aber trotzdem natürlich anschauen. Stalker-Seite ist stalker.so, wo quasi die Homepage ist, wo auch Forum ist, ein kleiner Teil ist davon Englisch. Da könnt ihr auch das Spiel dann downloaden. Dann kommen wir gleich, bevor wir den Trailer angucken, auch auf den ersten Punkt, wo ich ein bisschen kritisch bin. Also das Game wird Free-to-Play sein. Man kann ja jedoch Gold kaufen für Echtgeld. Das Game wird ziemlich stark vom In-Game-Handel leben. Also wenn ihr was braucht, was ihr nicht findet, könnt ihr auf den Markt gehen und es kann ein anderer Spieler anbieten. Jetzt ist natürlich die Frage, ich werde auf jeden Fall mal recherchieren, was wir für den Gold alles kaufen können. Ob man sich da auch wirklich Waffen oder ob es halt eben in die Richtung Pay-to-Win geht, wäre es natürlich ziemlich schräg. Aber es ist auch schon grenzwertig in meinen Augen, dass es eben Free-to-Play ist. Das bringt die meiste Skepsis auf. Also ich denke einfach, ein gutes Spiel könnte auf jeden Fall 50, 60 Euro kosten, wenn es das liefert, was es ist. Wenn es das nicht liefert, mache ich es halt gleich Free-to-Play. Keine Ahnung. Andererseits ist es natürlich auch von den Herstellern irgendwo fair zu sagen, okay, ihr könnt es kostenlos spielen, wenn ihr wollt, wenn es notwendig ist. Könnt ihr Geld anwenden, müsst es aber nicht. Ihr könnt genauso sagen, okay, scheiß drauf, dann spiele ich es nicht. Wie auch immer, ob es dann eben nicht Pay-to-Win ist oder ob es Pay-to-Win ist. Ihr könnt aber selbst entscheiden, ohne dafür Geld zu bezahlen. Also irgendwo ist es auch fair, weil man kann natürlich ein Spiel schnell verkaufen im Early Access mit einem Hype, der quasi schon da ist. Macht schöne Trailer, kennt man alles schon und dann kauft man sich das Game und es ist halt einfach nur Müll. Von dem Aspekt finde ich es positiv, aber ich will jetzt mal gar nicht zu weit reden. Schreibt auf jeden Fall natürlich eure Meinung dazu in die Kommentare und was ihr euch erhofft oder auch nicht erhofft. Wir schauen uns jetzt mal den Trailer zusammen an und bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sehen uns jetzt mal den Trailer. Wir sehen uns jetzt mal den Trailer. So, der Trailer war natürlich nice gemacht. Wie halt ein Trailer sein muss, sieht okay aus. Grafiktechnisch würde ich jetzt mal nicht allzu viel erwarten. Ich bin aber auch der Typ, mir ist jetzt, wäre die Grafik nicht ganz so wichtig. Mir ist wichtig, dass es sich gut spielen lässt und eben das Feeling aufkommt plus das Ganze eben auch noch online ist, dass man mit anderen Leuten zusammenspielt. Wie das sich dann Ganze verhält, wird man sehen, wenn wir selber einsteigen und spielen auch mit PvP und Sonstiges. Was ich ein bisschen, weiß ich nicht, verstörend fand oder es ist, es soll so laufen, es gibt zwar eine offene Welt, also eine Open World. Es ist aber so, dass man wie quasi in einen Raid geht oder in Instanz vergleichbar mit Escape from Tarkov, wo man in eine Gruppe oder allein reingehen kann, um quasi so ein Raid dann zu machen und eben besseren Loot zu bekommen von Monstern oder von irgendwelchen bis zu Bossen hin. Also bis wirklich, wo man in Gruppen reingehen muss, um die Instanz quasi zu fertigen, um besseres Equipment zu bekommen. Kann gut sein. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt, wie es sich eben im Spiel dann auswirkt, wie sich das Ganze anfühlt. Sonst bin ich gespannt, wie wird es sein, hat man einen Unterschlupf, eine Base oder kann man nur in irgendwelche Camps gehen und da dann mit den anderen Leuten kommunizieren, mit den Händlern sprechen. Es wird Quests geben, die auch nicht nur Geh dahin, Töte des sein wird, sondern wirklich mit einer guten, durchdachten Story wohl kombiniert sein soll. Also dass es nicht ganz so trocken ist und nicht einfach hier Geh dahin, Sammel des oder Geh dahin, Töte des. Das ist auf jeden Fall vielversprechend. Man hat gerade im Video schon gesehen, die Waffen sollen auch extrem modbar sein. Also alles wirklich auch wieder vergleichbar mit Escape from Tarkov, woher wirklich viel möglich ist mit Bumpstock oder Suppressor oder welches Scope man drauf haben möchte und Griff, Unterlauf, Granatwerfer. Das soll auch wohl mega komplex sein. Wie es sich dann eben anfühlt, werden wir im nächsten Video sehen, wenn wir mal wirklich einsteigen und das Ganze auch spielen. Bin auf jeden Fall mega gespannt drauf. Ich bin auch gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet. Und ja, wenn ihr das Ganze spielen wollt und wissen wollt, wie man das installieren kann, beziehungsweise wie man sich auf der Webseite registrieren kann, bevor das Ganze auf Steam rauskommt, also ab sofort spielbar, schaut mal ein anderes Installationsguide-Video an. Ansonsten müsst ihr auf den 15.10. warten. Dann wird es über Steam hier eben im Early Access verfügbar sein. Kostenlos wird es bleiben, also soll es bleiben. Eben mit dem Aspekt auf In-Game-Käufe werden wir aber auch noch genauer angucken, wie wichtig dieses Gold dann ist oder was man sich davon überhaupt kaufen kann. Und ja, es ist vielversprechend. Ich bin gespannt auf den In-Game. Ich hoffe ihr auch. Wenn auf jeden Fall bleibt dabei, abonniert den Kanal, gebt ein Video und Daumen hoch. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal, wenn wir uns in-Game befinden und die Welt erkunden. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.